Sport ist kein Mord, sondern das macht eure Gehirnzellen frisch wie immer angeln, rudern. Ich habe immer gerudert, auch mit vollen Batterien wieder heimgefahren nach einer Woche, weil ja, guten Morgen auch zusammen. Verrückt, krass, Odyssee. Viele Wörter könnte man jetzt finden, um das zu betiteln, was seit Freitag passiert ist. Erstmal vielen Dank an alle, die die Seite so zahlreich besucht haben. Total irre. Und ja, das hat dann zu diversen Effekten geführt, wie Serverüberlastungen. Beim Versuch, das zu verbessern im Server-Crash. Beim Versuch, das zu verbessern, ein bereits terminierter Server-Umzug. Der war wohl nicht mehr aufzuhalten, obwohl er ja jahrelang super lief. Von Freitag auf Samstag, Server-Umzug mit anschließendem Voll-Backup, fast über den gesamten Samstag. Wer sich auskennt, der weiß, das Ganze ist dann total überlastet. Da geht nichts mehr. 10-15 Sekunden pro Klick. Schon bei einer Sekunde sind die meisten weg heutzutage, zurecht. Das Ding muss laufen. Ja, natürlich viele, viele Telefonate mit dem Server-Anbieter. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn nennen darf, der so schlecht ist. Ach gut. Aber der fängt halt an, wie unsere Firma auch. Das reicht. Da weiß jeder Bescheid. Ja, unser Online-Shop-System hat damit versagt. Ihr habt ganz oft vom System eine Klatsche bekommen, indem ihr eigentlich irgendwie mal surfen wolltet. Mal gucken, was gibt's denn da so. Diejenigen, die sich auskennen und ein Produkt wollten, haben dann vielleicht auch mal geduldig, wie wir Karpfenangler sind, ausgeharrt. Bis dann die 8 Klicks, 5 Klicks gemacht waren. Ja, aber der Großteil, nee. Freitag hat mal gut geklappt. Dann kam das Besprochene und dann war es vorbei. Ja, auch der Montag gestern. Einziger Reinfall. Die ganze Geschichte war nicht mehr zu retten. So, das war gestern Nacht bis 0 Uhr fast. Bin im Schnee hier runter. Dann, äh, moin moin. So, äh, versucht habe nochmal den Upcache. Ja, so Begriffe Upcache. Server Cache. Lernt man dann alles. Braucht man als Firma, auch wenn das mit Karpfenangl nichts zu tun hat. Äh, durchgeklickt. Und somit die Seiten, sagen wir mal, vorgeladen. First Clicker to buy oder wie auch immer. Äh, Clicker natürlich nicht. Nur umgangssprachlich jetzt. Auf jeden Fall war ich doch überrascht, als ich dann alle Seiten durch hatte. Nur 1700 Links pro Seite. Äh, und Sprache. Dass es dann doch gut funktionierte. Heute Morgen auch. Ja, dann habe ich überlegt, was machen wir jetzt. Wir haben so viele enttäuscht. Bedeutet, wir machen jetzt die Weihnachtszeit. Läuten wir ein. Als Symbol dafür die Glocke. Äh, neun Prozent Rabatt. Wieder auf alles. Bates, Boote, Solar, Rebel Cell, Geoff Anderson. Bei Geoff Anderson haben wir eh schon sehr gute Preise. Darf ich gar nicht zu laut sagen, sonst kriege ich einen auf Deckel. Äh, ja, Solar haben wir auch Toppreise. Weiß jeder. Äh, im Perger Bels geht ja kein Wicht dran vorbei. Die Qualität, die ich da so seit vielen Jahren mache, ist das, was ich für mich produziere. Und so ist es ja auch entstanden. Ich wollte gar keine Firma aufmachen. Ich habe ja Weinbau studiert, Önologie. Und da wir dann so Erfolge feierten. Von Mitte der Neunziger bis Ende der Neunziger. Anfang der 2000er hieß, Max, du musst eine Firma aufmachen. Sag ich, Quatsch, es gibt dir das Rezept, machst du einfach. Nee, nee, ich will dir das zu, dass du das machst. Kein Unterschied. Doch. Ja, da ist halt das Vertrauen. Okay. Sag ich, komm, ich mach mal. Fangen vor dem Keller angefangen. Und ja, dann wuchs das Ganze relativ flott, dass wir dann nach anderthalb Jahren schon umgezogen sind nach Dramtrarbach. Große Hallo, die gerade frei wurde. Ja, wie es heute dann ist, kann man ja sehen. Irre. Ja. Und jetzt bin ich gleich schon wieder oben. Heute durchs Quatschen auch etwas langsamer als gewollt, damit ich nicht ganz so aus der Puste bin. Naja, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie einen Weg hat, der nicht weiter ist. Also mein Nachbar fährt 20 Kilometer morgens mit dem E-Bike zur Firma nach Wittlich. Das ist geil. Der Körper braucht Bewegung. Sport ist kein Mord, sondern das macht eure Gehirnzellen frisch. Wie immer angeln, rudern. Ich habe immer gerudert, auch mit vollen Batterien wieder heimgefahren nach einer Woche, weil ich wollte halt rudern und habe mir gedacht, wenn am letzten Tag der Sturm kommt und dann noch mehr Fische beißen, dann benutze ich den E-Motor. Natürlich gleichzeitig die Paddel. Wenn ich rausfahre, weil ich unterstütze dann nur mit dem E-Motor. Und so haben wir damals mit den Autostarterbatterien. Später mit den AGMs, die es ja heute noch gibt. Ist ein bisschen schwerer, aber günstiger. Oder damit auch mit den Rebel Cell Lithium-Ion-Batterien. Kann man da ganz schön lange auskommen. Wenn man faul auf dem Tube sitzt, kann man auch lange auskommen. Aber das ist natürlich die Grenze wesentlich früher. Und im Zweifelsfall genau dann, wenn es darauf ankommt, keine Energie. Ja, da ist schon wieder. Hier liegt der Schneekraupel noch von gestern Abend. Dann gucken wir mal. Also White heißt der neue Code. White Christmas soll es bedeuten. Und 9% Rabatt. Wie lange, weiß keiner. Vielleicht bis der Schnee weg ist. Wollen wir mal sehen. Aber als Dankeschön für eure tollen Besuche und als Entschuldigung dafür, dass wir es verkackt haben. Beziehungsweise sagt ja auch der Politiker mittlerweile, darf man das so sagen, dass wir es nicht richtig kredenzt und ihr da so surfen konnte, wie das eigentlich geplant war. Bye, bye.